Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 59, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Krankenhausgesetzes 2011 und anderer Rechtsvorschriften, Drucksache 19-67-40-19-65-48 aus 19 Berichterstatterin ist Abg. Dr. Sommer. Ich bitte um Berichterstattung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Beschlussempfehlung lautet, der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der SPD und der LINKEN den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags, Drucksache 19-67-63 aus 19 in dritter Lesung, anzunehmen. Vielen Dank. Sie haben auch gleich das Wort. Liebe Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir beraten jetzt noch einmal in dritter Lesung. Warum? Weil das Gesetz nicht die Lösungen berücksichtigt, die wir benötigen. Dass in der Verbundbildung die Bundeslandgrenze überschritten werden kann, ist gut. Trotzdem hätten Sie das auch dezidiert ins Gesetz schreiben können. Das steht so leider nicht drin. Das heißt, dass es da natürlich jetzt trotzdem Interpretationsspielraum gibt. Das ist schade. Dass Herr Dr. Bartelt geäußert hat, dass wir uns im Ziel einig sind, einen Personalschlüssel in der Pflege und in den Krankenhäusern einzuführen, finde ich erstaunlich. Das ist eine Kehrtwende von den bisherigen Äußerungen der CDU zum Thema. Aber gut, wir nehmen das zur Kenntnis. Wir haben jahrzehntelang oder jahrelang über Legislaturen hinweg für Personalstandards gekämpft. Zurückgerudert sind Sie dann aber und der Minister auch. Wir bräuchten keine Landesregelung. Es würde das Ansinnen auf Bundesebene reichen. Das sehen wir anders. Deswegen möchte ich auch aus dem Deutschen Ärzteblatt zitieren. Ich zitiere mit Genehmigung der Präsidentin. Wurde noch vor 15 Jahren für die bundesdeutschen Krankenhäuser der Pflegenotstand ausgerufen und nur mit palliativ wirkenden Maßnahmen notdürftig überwunden, gibt es seit geraumer Zeit in den Krankenhäusern wieder einen Personalzusatzbedarf, nicht zuletzt infolge von Leistungsverdichtung und der gestiegenen Zahl an Krankenhauspatienten. Weiter heißt es, der Missstand hat dazu geführt, dass oftmals die Personaldecke gestreckt werden muss und nur noch der Mangel verwaltet wird. Die Pflegekräfte erbringen Jahr für Jahr 9 Millionen Überstunden. Der Stress am Krankenbett in der Pflege wächst schier ins Unendliche. Die Folge, ein Drittel der Pflegekräfte war im vergangenen Jahr längerfristig und wesentlich häufiger krank. Dieses Zitat stammt aus dem Ärzteblatt 2003. 15 Jahre ist es also her, und es geht immer noch und immer wieder um den Personalmangel. Das Pflegethermometer 2003 und der Pflegemonitor 2003 haben damals und der Monitor 2018 heute die Ergebnisse bestätigt. Die Personalengpässe führen zu Belastungen, Stress und Krankheiten der Beschäftigten. Ich möchte nicht noch einmal erklären, warum gutes und genügendes Personal wichtig ist, damit Patientensicherheit gewährleistet und Mortalität gesenkt werden kann. Sie machen sich hier wieder einen schlanken Fuß, verweisen auf den Bund, und dass Sie auf die Bundeslösung warten wollen. Worauf, bitte, wollen Sie nach diesen 15 Jahren warten? Wie lange sollen die Pflegekräfte in Hessen noch auf eine Lösung warten? 15 Jahre gibt es Studien mit den Hinweisen auf den Personalmangel. Sie hatten nichts Besseres zu tun, als das Pflegereferat nicht originär zu besetzen, die Ausbildung, das Berufsbild sowie die Arbeitsbedingungen nicht zu verbessern. Alles, was jetzt kommt, kommt zu spät. Sie hatten 19 Jahre Zeit, und Sie haben diese nicht optimal genutzt. Die Pflege hatte ihre dringend benötigte Unterstützung einfach nicht. Auch hier wird einmal mehr deutlich, wie wichtig es ist, die Expertise aus der Praxis zu registrieren, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und schließlich zu reagieren. Für uns ist und bleibt die Forderung nach Personalstandards und einer stärkeren Stimme der Pflege in ihren Belangen essentiell. Meine Damen und Herren, wir wollen Mindestpersonal zahlen mit Differenzierung nach Berufsgruppen und Qualifikation, Erkrankungsschwere der zu vorsorgenden Patienten und Art der Station, sodass alle im Gesundheitswesen Tätige endlich wieder Zeit für ihre Patienten haben. Es gibt Handlungsbedarf. Da kann sich die Landesregierung nicht aus der Verantwortung ziehen und alles auf den Bund schieben oder auf den Bund warten. Denn Gesundheitsversorgung gehört zur Daseinsversorgung. Auch wenn Sie in Ihrem Änderungsantrag viele Fehler korrigiert haben, kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich in den Krankenhäusern und auf den Stationen gar nichts ändern wird. Arbeitsbelastung, Arbeitsverdichtung, kontinuierliche Überlastungssituationen. Wir wollen, dass sich endlich die Rahmenbedingungen wieder verbessern, der Arbeitsschutz eingehalten wird. Darüber haben wir die ganzen letzten Debatten gesprochen und Vorschläge gemacht, die Sie weggebügelt haben. Sie haben in den letzten Jahren versäumt, eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben zu managen. Erst im Wahlkampfjahr, kurz vor Ende der Legislatur, fühlen Sie sich aus Ihrem Dornröschenschlaf langsam wachgeküsst und finden Personalschlüssel für die Pflege einzuführen. Gut, unseren Antrag haben Sie im Ausschuss erneut abgelehnt. Sie wollen erst tätig werden, wenn der Bund die Diskussion und Erfahrungen ausgewertet hat. Sie hatten eigentlich lang genug Zeit. Die Zeit des Wartens ist vorbei. So sehen wir dem 28. Oktober entgegen. – Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Dr. Bartelt für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dies ist heute ein guter Tag für die hessischen Krankenhäuser. Durch die weitere Förderung der Krankenhäuser, die in Verbünden zusammenarbeiten, werden den Krankenhäusern in Hessen 21 Millionen € zusätzlich zur Verfügung gestellt. Durch die Veränderung des Stichtages, ab dem die Einzelförderungen auf die Pauschalförderung angerechnet werden, kommen noch weitere Millionen hinzu. Wir können einfach nicht verstehen, warum Sie diesem Gesetz nicht zustimmen können. Es ist für die Krankenhäuser. Es sind zusätzliche finanzielle Mittel für diese Krankenhäuser. Das kommt den Patientinnen und Patienten zugute. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 901 00. Wir brauchten auch von Ihnen nicht wachgeküsst zu werden. Wir haben die Koalition und die Krankenhäuser über die ganze Zeit in dieser Legislaturperiode immer gefördert. Sie lagen uns am Herzen, und nicht nur am Herzen. Wir haben das auch durch finanzielle Mittel zum Ausdruck gebracht. Jedes Jahr wurden die Investitionszuschussmittel ständig erhöht. Wir haben vor der Umstellung von der Einzelförderung auf die Pauschalförderung zusätzliche Mittel, ein zusätzliches Programm eingesetzt. Die Umstellung auf die Pauschalförderung selbst kommt den Krankenhäusern zugute, weil sie schneller in eigener Verantwortung investieren können und jetzt eben die zusätzliche Förderung für die Verbundstrukturen. Das heißt, kontinuierlich, jedes Jahr versuchen wir zusätzlich etwas für die Krankenhäuser zu tun, und wir werden diesen Weg auch in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen. Das Gleiche gilt auch für die Pflege. Hier gilt es eben, mit dem Bund zusammenzuarbeiten. Wir mischen uns sehr gerne in die Diskussion auf Bundesebene ein, und wir haben hier auch sehr viel erreicht. Ab 01.01.19 gibt es entsprechende Mindeststandards in Abhängigkeit von den einzelnen Fachdisziplinen. Bundesminister Spahn hat eine generelle Regelung für 2020 angekündigt. Wir haben auch durchgesetzt, dass die Landesbasisfallwerte, deren Dynamik nicht mehr an die allgemeinen Lebenshaltungskosten, sondern auch an die Personalkosten angepasst werden. Die DIGs für Pflege werden herausgenommen, was eine weitere Dynamik in Gang setzt für die Kosten der Pflege. Das heißt, Bund und Land und in Zusammenarbeit mit Kommunen und den Trägern und Krankenhäusern sind in dieser Landesregierung unter diesem Ministerium, Sozial- und Gesundheitsminister Stefan Grüttner, in wirklich guten Händen. Wir haben noch viel vor und werden das in der nächsten Wahlperiode fortsetzen. Besten Dank. Das Wort hat Herr Abg. Bocklet für die Fraktion Bündner und die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir diskutieren dieses Gesetz nun in dritter Lesung. Tatsächlich haben es der Sachstand und die Veränderung in einem überschaubaren Rahmen gehalten. Wir erreichen zwei Schritte mit diesem Krankenhausgesetz. Das sind gute Nachrichten. Die Krankenhäuser, die Verbünde bilden, werden noch einmal privilegiert und werden mehr Geld erhalten, bis zu 21 Millionen €. Das sind Anreize, die dazu beitragen, dass sich die hessischen Krankenhäuser zukunftsfähig aufstellen werden. Das ist der Punkt eins. Punkt zwei ist, es werden regionale Gesundheitskonferenzen ermöglicht, die noch transparenter, noch lokaler und regionaler die Bedürfnisse von vor Ort analysieren und Lösungsvorschläge machen sollen. Das wird dazu beitragen, dass der Patient im Mittelpunkt steht. Wir werden auch sehen, dass die medizinische und gesundheitliche Versorgung tatsächlich auch flächendeckend zukünftig gewährleistet bleibt. Mit diesen beiden Punkten haben wir zwei gute Impulse zum Thema Pflege gesetzt. Ich glaube auch, dass die Bundeslösung, die uns erwarten wird, uns Hinweise geben wird, was wir dann in Hessen anschließen werden. Ich glaube, dass die Große Koalition in diesem Punkt übrigens einen guten Beschluss gefasst hat. Dann sollten Sie auch vielleicht ein bisschen mehr feiern von der SPD, dass die Pflege tatsächlich von den Pflegekosten aus den DRGs herausgerechnet werden. Das ist nämlich ein altes Spiel gewesen, dass die Geschäftsführer der Krankenhäuser deren Stellschrauben zu sparen, indem sie die Pflege auf den Stationen reduziert haben. Diesen Anreiz gibt es mit ihrem Beschluss auf Bundesebene nicht mehr. Das ist ein kluger Beschluss. Jetzt werden wir dafür sorgen, dass die Investitionskosten für die Krankenhäuser weiter so ansteigen werden, dass sie nicht noch weitere Einnahmen durch Einsparungen generieren müssen. Das war auch eines der zweiten großen Antworten der Geschäftsführer, die gesagt haben, wenn ich meine Investitionen so finanzieren muss, dass ich Personal reduziere, dann ist das natürlich ein Problem. Wir steigern jetzt die Investitionskosten ein weiteres Mal über 21 Millionen €. Ich glaube, dass Hessen damit ganz gut aufgestellt ist. Wir wissen, dass es noch weitere Investitionskosten geben muss, damit tatsächlich auch diesen Sanierungsstau abgebaut wird. Das ist alles eine finanzpolitische Frage. Ich bin mir sicher, diese Frage wird uns auch im nächsten Plenum in der nächsten Legislaturperiode intensiv beschäftigen. Wir werben dafür, dass es noch mehr Investitionszuschüsse für die hessischen Krankenhäuser gibt. Sie müssen weiter investieren. Sie müssen modern bleiben. Das wollen wir auch. Sie wollen die modernste gesundheitliche Medizin in unseren Krankenhäusern. Dazu benötigt es weitere Mittel. Das bekommen wir immer wieder ins Stammbuch von den Experten geschrieben. Das alles wollen wir angehen. Was wir jetzt angegangen sind, sind die Verbundbildung. Wir sind angegangen, dass wir regionale Gesundheitskonferenzen einrichten werden, die auch gut ausgestattet sind. Das ist eine weitere Umsetzung des Koalitionsvertrags zwischen CDU und GRÜNEN, den wir heute hiermit beschließen werden. Ich glaube, das sind zwei gute Impulse und ein gutes Signal für die Krankenhäuser, für die Patienten und für die Hessinnen und Hessen insgesamt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Bocklet. Das Wort hat Kollege Rock für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann es kurz machen. Das Gesetz wird das Zusammenschluss und die Kooperation von Krankenhäusern fördern. Das begrüßen wir. Ob es am Ende die grundsätzlichen Probleme der Krankenhauslandschaft an sich lösen kann, da ist auch ein Gesetz aus einem Landtag heraus nicht allein maßgeblich, um das Problem zu lösen. Das haben wir auf der einen oder anderen Veranstaltung schon erklärt bekommen. Dennoch begrüßen wir die Möglichkeit, diese Kooperation zu fördern. Wir werden auch deshalb das Gesetz als Schritt in die richtige Richtung unterstützen und dem zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Staatsminister Grüppner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das ist ein gutes Gesetz. Ich bedanke mich für die Einbringung und für die Beratungen. Gegenüber dem letzten Dienstagnachmittag gab es keine neuen Erkenntnisse, insofern verweise ich auf meine deutigen Ausführungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es liegen mir jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die dritte Lesung beendet. Ich frage Sie, wer diesem Gesetzentwurf in der Fassung, die uns vorliegt, in der dritten Lesung zustimmen kann. Den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die CDU, das sind die FDP, das sind die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das sind die SPD und DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Damit ist das Gesetz mit der Mehrheit der Stimmen von CDU, FDP und den GRÜNEN beschlossen und wird damit zum Gesetz erhoben. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus